hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge von train sim world 3 ja und wir fahren jetzt den kronen pass ausgetüftelt sind wir schon gefahren heute steht feuer und flamme auf dem plan dann kommen noch drei weitere folgen und sind wir auch schon durch auf der strecke die heutige folge dauert circa eine stunde dann nächste woche wird es mal ein bisschen kürzer und dann kommen die lang folgen wir machen uns jetzt mal versorgen so son bernardino geht's los ja mal schauen ich meine ich bin natürlich schon mal mit euch gefahren ich bin mir aber nicht sicher wie dem auch sei wir werden es sehen ja sind auf jeden fall also noch vier wochen spaß mit sind wir circa mitte september november durch mit dem kram und dann müssen wir mal gucken ob wir dann nachfahren werden ja schauen vielleicht machen wir hier ein paar fahrplan fahrten keine ahnung so wie auch immer feuer und flamme es geht los willkommen in san bernardino heute werden sie einen zugverband voller lehrer güterwagen nach barstow fahren wir haben richtig kleinere busspende südlich vom krachun erhalten das sollte kein problem darstellen aber wir halten sie auf dem laufenden so spiel leckt wie sau ja okay jetzt nicht mehr So, stellen Sie die Lokomotiere auf ein. Okay, also. Erstmal muss es aufhören zu lenken. Angelia ist am Start heute. So, und dann brauchen wir Richtungswender. Und den natürlich nach vorne. Okay, nicht voll, aber neutrale Positionen? Nein. Unterdrücken. So, haben wir das auf jeden Fall am Start. Ähm, hintere Spitzenbeleuchtung. Die können ausbleiben, Spitzen. So, ja, lassen wir mal so, so schön. Heizung brauchen wir wohl nicht. Mal gucken, wie mache ich das Lautwerk nochmal aus. So. Und dann fahren wir mal los. So, dann halten wir da vorne mal an. Und dann mal schauen. So, ja. So. 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 So, 50 Fuß, halten wir angezeigt, stellen sie sie weich rückwärts, ja, fliegen wir mal eben hin, tun wir nicht, das ist natürlich jetzt auch eine coole Sache. Das ist natürlich jetzt so ein richtig krass Thumbnail, so, ich bin jetzt hier irgendwie vor diesem Zubfliegen, ja, um hier diese Weiche umzupflegen. So, haben wir. Das ist ja noch gut, das stimmt. Das ist ja noch gut, das stimmt. Ich glaube, wir brauchen auch Signale, weil die Bilder erkenne ich nicht. Aber mit der Upe habe ich ja eh Spaß dran. Oh. Oh. Und egal. Ich bin sicher. super. Ich bin sicher. illos. So So Angekoppelt sind wir wohl Ja, sind wir Ähm, wo ist der Zucht? Jetzt rechts nehmen wir uns mal hin Hm, keine Ahnung Wie lang sind wir denn? Boah, nicht so lang Na ja, gut Wir dürfen hier umfahren Aber nicht viel schneller als wir jetzt sind Ja Und Fliegen wir mal los Luke machen wir mal wieder zu Ist ein bisschen leiser Aber wie gesagt Keine Ahnung was hier überhaupt Irgendein Signal oder so heißt Obwohl ich aber drücken muss oder so Keinem lassen schimmer Keinem lassen schimmer Weißt du Du bist Da war die falsche, ne? Die automatische. Alles so dynamisch. Alles klar. Boah, fahren wir mal. Beziehungsweise wir rollen. Mit diesen doch relativ langen Gütern zu. Ah, es geht, es geht. Es geht. Na ja, gut. Wo müssen wir überhaupt hin? Ganz rechts außen rum. Ja, da war eigentlich da gewesen. Ich weiß gar nicht, warum das Piepen jetzt ist, aber... Das wird schon schief gehen. Und joa. Mussten wir ja die irgendwie noch gut ausmachen. Ja, hätte Vorteile, ne? So, was haben wir denn hier? Ich finde keinen Unterschied zwischen der und... Okay, das ist höchste Stufe, aber sonst... Da ist der... Und der da drunter. Das sind ja auch zwei Stufen, eins und zwei. Ich weiß sie nicht. Ich weiß sie nicht. Ich weiß sie nicht. Ach, auf das ist ja vielleicht auch nur die W survival. Und wieder vorbei ist so lächert. Entweder die Rakensunion und smellsdurch. Vid l sediment nicht. Ok, hier ist so, das Consult. Interessant. Sieht ja schon fast wieder wie ein Auto. Aber gut. Auch gut ist, dass hier Personenbahnsteige sind. Gibt es hier eigentlich jemand zum Einsammeln? Nein, nein. Aber doch. Doch gibt es. Wir gehen mal eben einsammeln. So, mal gucken. Was kann man denn hier einsammeln, in diesem Bahnhof? Wo wir auch immer sind. Aber hier gibt es das zum Einsammeln. In San Bernardino. Ich habe es gesehen. Da müssen wir nur eben hin retten. Also eine Karte gibt. Oh, sehr schön. San Bernardino Bahnhof. Pringels haben wir am Start. So sieht der Bahnhof hier aus. Man kann sogar auf den Vorplatz laufen. Ey, wie cool ist das denn? Oh, die Straße können wir nicht. Aber so sieht der Bahnhof von vorne aus. Europäische Autos haben wir. Mercedes. Wie läuft's? Wie läuft's? Wie läuft's? Okay. Die haben wir auch noch am Start. Jetzt sind wir hier auf dem Parkplatz. Kann ich durch die Autos laufen? Nee. Unsichtbarer Wand. Unsichtbarer Wand. Okay. Also interessante Sachen, was man hier so einsammeln kann. Wollen wir hoch. Zaun. So, jetzt bleibt die nächste Frage. Offen. Wie kommen wir da hoch? Gar nicht. Aber man hat zwar einen Gleisübergang, den man nicht nutzen kann. Auch schön. Dazu soll ich nur ein Dankespiel. Aber interessante Sachen. Interessant auf jeden Fall. Auch die Geräusche hier noch. Was können wir eigentlich hier in den Bahnen? Irgendwie hochklettern oder so? Ja, hier kann man schon mal hoch. Okay. So, was haben wir noch so? Nein, wir haben uns die Fahrzeuge nie so genau angeguckt. Na, also hier kann man noch rangieren. Okay. Können wir noch irgendwas machen? Nee. Oh, schön leer. Komm, wir haben auch auflasten. Ist nicht egal. Das sind die gleichen. Tür verriegelt. Nee. Sind wieder andere. Aber vom Prinzip her halt gleich in grün. Was haben wir hier noch? Kann man auch wieder an der Seite hochklettern? Ja. Hier wahrscheinlich genauso. Ja. Handbremse. Hinten rüberklettern. Achso. So meint er mit hinüberklettern, ne? Weiter hoch. Ja. Ach, das ist ein Autowagen. Nee, auch nicht. Jetzt komme ich jetzt hier wieder runter. Ja. So. Haben uns dieses Wagen ja noch nie so richtig angeguckt, ne? Also, gut. Können wir noch was an der Seite machen oder so? Oder hier unten? Nee. Nee. Ja, gut. Haben wir uns mal angeguckt. Schöne Sache. Und dann machen wir uns jetzt mal auf dem Weg. So. Tom, tom, tom. So. So. Und auf, hier geht's. Wir haben noch angezogene Bremsen wahrscheinlich, das dauert immer noch 20 Jahre. So. So. Oh. Und damit arbeiten wir mal mit der dynamischen Bremse ein bisschen. Dann mal gucken. Aber jedenfalls haben wir uns mal San Bernardino oder Tais hier mal ein bisschen angeguckt. Ist ja auch mal ganz nett. So, füllen wir jetzt hier den Berg hoch. Da fliegt da ein Hubschrauber. Da fliegt echt ein Hubschrauber. Da fliegt da ein Hubschrauber. Da fliegt das mal an. Da fliegt die Hubschrauber parallel zu uns. Da fliegt die Hubschrauber parallel zu uns. Das ist ja immer cool. Das ist ja immer echt cool. Von hinten sieht man den gar nicht. Von hinten sieht man den nicht. Mann, von innen würde man den nicht sehen. Jetzt vielleicht? Ich glaube aber auch nicht. So. 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 Jetzt sieht man. Und auf, hier geht's. Und auf, hier geht's. Die Wagen, die offen gelassen haben. Und weg ist er. Schönes Wetter haben wir hier, ne? Wieder fliegende Autos, der beste an dem Spiel. Sind ja diese fliegenden Autos. Ähm, okay. Eine Schutzweiche. Interessant. Oh, hier, den können wir auch mal ausmachen, ne? Da hab ich hier eigentlich nix, den kommt. Dann will jemand im Berchhof fliegen. Nö. Irgendein Alarm geht los, keine Ahnung warum. Können wir so irgendwo rein. Kann was auch irgendwo rein. Fliegen auf jeden Fall mal im Voraus. Was haben wir denn da? Wir haben hier auch noch irgendwie... Kleines Bahnhofs... Güterbahnhofs... Güterverladung oder sowas. Mhm. Interessant. Ja, unser Zug ja eh fährt. Ist das halb so wild. Was schön zu sehen. Ja, piep du mal vor dich hin. Hier haben wir dann irgendein Kanal. Der Zug kommt da hinten. Mhm. Schau, was haben wir denn noch so? Die fahren in... ...Affenzahn hier hoch und runter. Eine Kiesgrube. Was haben wir denn noch so? Ja, ich weiß, wir fliegen jetzt gerade echt gut voraus. Aber mal schauen. Vielleicht entdecken wir ja noch was Schönes hier. Oder was Sehenswertes. Auch nicht wirklich. Mhm. So. Was haben wir denn noch? Kleisharfe. Bis wir noch ein Zug reingeholt haben. Dauert noch wieder 20 Jahre. Was haben wir denn hier? Hier wird's interessanter. Hier stehen noch andere Züge. Ist die eigentlich gepaart? Oder steht die hier richtig? Ne? Da wartet jemand auf Freifahrt. Okay. Das sind schutzweichen oder was muss ich mir darunter vorstellen. Ich denke mal, ne? Kann man die hier umsetzen? Ne. Die kann ich nicht umstellen. Schade, aber das sind schutzweiche. Hm. Kann man die auch mal umstellen. Oh, so. Wir müssen mal langsam wieder zurück. Weil ich hey, mit Folge aus dem Berg hochfährt. nochmal nach vorne gleich den Kollegen entgegen. Warte, jetzt ist er im Rangier an. Interessant. Macht er automatisch jetzt? Ja. Interessant. Ja, der hüpft mal einer. Auch ne coole Sache. Wieso auch immer. Ob die überhaupt so ne Funktion haben mit der Makrofrequenz, ne? Interessant auf jeden Fall. So. Kann ich das Ding wieder ausmachen? Ja, aber wenn wir ein bisschen zu schnell sind. Ein paar Neuigkeiten zum Buschbrand. Die Feuerwehr ist dort, aber das Feuer ist nicht unter Kontrolle. Dort ist leichter durch uns. Aber die Sicht auf der Strecke ist nach wie vor gut. Joa. Alles klar. Ich sag mal, wir zählen hier einfach mein Vollgas durch. Wir gehen eh wieder berghoch. Also, die paar Meilenunterschied machen eh keinen Unterschied aus. Ah. Ich möchte doch ein bisschen weniger Leistung. Ich möchte doch ein bisschen mehr auf. Ich möchte doch auch... Ich möchte doch auch... Ich möchte doch... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mal darauf achten, auf den Tankverbrauch, der auch runtergeht Weitere Neuigkeiten zum Buschbrand Also, nur nochmal klargestellt zu haben, wir haben hier echten Spritverbrauch Oder ist das, warte mal, wir machen mal die Leistung mit raus Er geht nicht runter Nein, geht nicht wieder hoch Also, es ist wirklich der realistische Spritverbrauch von der Kiste Coole Sache, wenn das Ding wirklich leer ist Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das schon mal hingekriegt habt, um eine Lokomotive leer zu fahren Oh, das ist ja wirklich cool, ey, Spritverbrauch 4.817 Hammerhart Coole Sache, auf jeden Fall 4.816, ja Kann wir ja eh mit Vollgas fahren Also, ich würde es feiern, wenn wir so eine Lokomotive echt leer kriegen Ich weiß noch, wo man testen kann Ich weiß noch, wie lange die fährt So, wir können mal zählen Eine Gallone entspricht Warte mal, zählen wir gleich mal durch Gucken wir mal einen Stopp an Wie viel gelohnt brauchen wir 22 Sekunden für eine Gallone Richtig, richtig Zirka Also, wir gehen recht mal mit 22 Sekunden für eine Gallone 3 Gallone 3 Gallone Gleich eine Minute Bühne mal da oben, ne? Sollten wir vielleicht auch Fernlicht dann machen Wenn der Kollege jetzt schon andert, so Ähm Ach nee, stimmt Wir müssen jetzt hier mit dem Halt rechnen Genau, ich erinnere mich 4.800 durch 3 macht 1.600 Minuten 2 Minuten durch 60 26 Stunden kann das Ding fahren Pima Daumen Ich bin jetzt hier mit dem Halt rechnen Ich bin jetzt hier mit dem Halt rechnen nur 26 Stunden eine Tankfüllung was passiert wenn man jetzt wirklich 26 Stunden mit dem Ding im Kreis fährt bleibt der Ding da wirklich stehen so die Ampel jetzt ja sie leuchten zwar nicht aber sie gehen hier gibt es wieder Würstchen zum einsammeln 26-27 Stunden knapp Sollte ich mal irgendwann Urlaub haben können wir mal austesten dann lasse ich den mal wirklich im Livestream entsprechend lange laufen so 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 Das Problem ist auch, ich kann jetzt schlecht abschätzen mit der Geschwindigkeit hier. Und die Strecke kann ich auch schlecht abschätzen, der Fuß. Na ja, passt schon. Wo sind wir überhaupt? Wir sind jetzt hier, kurz vorm Pass selber. Wir sind hier, kurz vorm Pass. Was ist denn das? Da hängen wir mal einen drauf Boah Da zieht sie aber schon gut hier Nicht die braune Brühe Graue Brühe Und danach? Keine Ahnung 3.000 Fuß Leut werken wir wieder aus hier No? Okay. So, um die Kurve, dann haben wir das Signal auch gleich vor uns, ist die Frage wo, aber wir haben es auf jeden Fall vor uns. Die Ausbeutung des Feuers hat sich verlangsamt, aber wir wurden angewiesen, keiner hat uns die Züge loszuschicken, bis der Rauch sich verzogen hat. Fahren Sie durch den Karpunpass, bis der Rauch sich verzogen hat. Alles klar, kriegen wir hin. Was ist denn das Signal hier? Keine Ahnung, vergegen es doch wahrscheinlich. Nichts, ja. Ist doch auch weh, ne? Sind wir nach Bahn übergangen, oder was ist da los? Ah, passiert sich auf jeden Fall gerade alles hier so. Wäre schon mal gut. Sicht wird besser. Ich glaub der beste Bahnübergang von allen. Mit Abstand. Der beste Bahnübergang im Spiel. Fahr da mal mit dem Auto drüber. Fahr da mal mit dem Auto drüber. Na ja, gut. So. Und so. Oh, dann müssen wir da oben gleich anhalten. Am nächsten Signal. Genau, da bin ich mal nicht damals drüber gerutscht. Irgendwie sowas. Das hat man glaube ich in Livestream damals mal gefahren, das Szenario. Ähm. Na ja, gut. rummen. Und so. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alles, ich würde sagen, wir lassen es einfach rollen. Dann mal schauen, was loskommt. Was weit ist das noch, bis der oben ist? Ah, fast die Hälfte haben wir. Sobald wir wieder schneller werden, müsste er jetzt in den Augenblick losgehen. Wollen wir mit der dynamischen Bremse gegen bremsen. Sobald Wir haben ja noch ein Stückchen bis da, deswegen einfach mal rollen lassen, wird schon schief gehen. So. Oh, hier ist schon ein schöner Ausblick, muss man immer mal ehrlich sagen. Also, ich kann es da mal aufreißen, rausgucken, nee, ist schon schick, also ist wirklich schön. Machen wir dazu. So, wer ist es noch? Ah, ist noch ein Stückchen. Oh. Oh. So. So. Ich trau mich nicht. Ich trau mich einfach nicht, wo ist denn ungefähr das Signal? Nur um zu gucken. So. Wahrscheinlich hier, irgendwo, zwei Meilen, ne, ist noch ein Stückchen. Das ist aber noch ein gutes Stück, wa? Ich muss da eigentlich direkt hier hinter der Kurve kommen. Eigentlich müsste das jetzt irgendwie hier in dieser Kurve sein. Da. Da ist es. so. 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 Weiter weg. Ich dachte, es wäre weiter weg. Deshalb sollen wir auch eher auf dem Vornen-Signal halten, ne? Da sind wir. Oh, ich dachte, wir wären die Brüjotten. Na ja, gut. Oh, ich dachte, wir wären die Brüjotten. Na ja, gut. Sollte es schief gehen. 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 Sollte eschi- Oh, ja jetzt geht er nämlich bergab. Das ist ein Problem an der Sache. War schon geil, weil es ist verkehrter, weil die so lange hochgeschlüsselt sind. War schon gar nicht mal so verkehrt. Mein, ja, es ist noch ein Stück bis nach da hinten, na? Also, wenn wir mal ein Leinen fliegen, muss ja dann... Warte mal, kann der mir das anzeigen? Da... Oh! Ne, soweit ist das gar nicht mehr. Soweit ist das ja echt nicht mehr. Na, hau... Na, hau... Na, hau... So, nach der Kurve müssten wir schon auf Erziergeraden sein. Proben geschätzt, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube schon. Ja, so ziemlich. Ach ja. Dann haben wir noch 200 Fuß Luft bis zum Signal von da aus. Naja, gut, aber wir fahren jetzt schon mit unseren 10 Meilen dahin. Da sind wir gleich schon. Genau. 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 Ja. Genau. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, 170 Fuß So Ja, dann halten wir hier mal an, ne? Ziel erfüllt Gut zu sehen, dass sie es in einem Stück geschafft haben, bleiben Sie mit ihrem Zug hier stehen, bis Ihnen der Zugdienst das Signal zur Weiterfahrt gibt Okay Fragen wir den Kollegen mal Ah, oder so Interessant, also ich dachte, wir dürften jetzt hier weiterfahren Nein, dürfen wir nicht Ähm, wie dem auch sei, ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja, Daumen nach oben, wenn nein, trotzdem machen Nein, Spaß Ähm, ja Allgemein, wenn ihr mehr von mir sehen wollt und auch mal auf dem neuesten Stand sein wollt Dann könnt ihr auch gerne mal die Glocke aktivieren Dann seid ihr auch mal up to date Ähm, ja Und Ich würde sagen, dann geht's nächste Woche Hier mit dem hier Ähm, mit dem Szenario weiter Also Barstow auf Entfernung Untersuchen Sie einen Zugverband an dem Inspektionsgleisen in Barstow Oder Barstow Ähm, ja Und das ist dann der Job für nächste Woche Freitag Und damit würde ich dann sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal Euer Bauer sein